Wohnmobilzulassung, was du vorher erledigen musst und welche Unterlagen du zum Straßenverkehrsamt mitbringen musst, das erzähle ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Waldhelden Video. Ich muss jetzt gleich zum Straßenverkehrsamt und ich habe mir gedacht, okay vielleicht steht der ein oder andere vor dem gleichen Schritt bzw. muss sein Fahrzeug in naher Zukunft anmelden und dann mache ich doch mal einfach kurz ein Video dazu, was wir im Vorfeld alles überlegt haben, besorgt haben und welche Unterlagen ich gleich mitnehme und welche ich auch schon beim letzten Mal vergessen habe, damit ihr den gleichen Fehler nicht auch machen müsst. Und ich würde sagen, da ich nicht viel Zeit habe, legen wir auch direkt los. Und zwar der erste Schritt war, jetzt hätte ich es fast weggelegt, uns Nummernschilder zu überlegen und bei uns ist es so, dass wir den Van halt Boris nennen wollten, weil wir halt hier aus dem BOR-Kreis kommen. Und ja, dann hat er auch direkt einen Namen gehabt und hieß deswegen Boris. Und die 594 am Ende ist halt die Typenkennzeichnung oder der Name vom Chanson. Also es ist ja ein Chanson V594. Und deswegen haben wir halt das Nummernschild BOR-IS 594 ausgesucht und haben uns das dann auch als erstes reservieren lassen bei unserer Zulassungsstelle. Das kann man mittlerweile, ich denke, bei allen Zulassungsstellen machen. Und da kann man halt auch schauen, welche Nummernschilder frei sind. Also wir haben auch ein paar andere vorher ausprobiert, bevor wir dann letztlich bei diesem hier gelandet sind, weil die nicht mehr frei waren. Wir haben gerade so die beliebten irgendwie mit einer 1 und so weiter. Die sind natürlich in der Regel weg. Aber ja, könnt ihr halt einfach mal online gucken und euch dann halt entsprechend die Schilder reservieren. Der Vorteil an der Reservierung ist, dass ihr auch die Schilder direkt im Vorfeld bestellen könnt. Wir haben diese jetzt hier bei schilderkröten.de heißt es, glaube ich, bestellt. Christina hat die bestellt. Ich packe aber den Link unten auf jeden Fall in die Beschreibung. Könnt ihr gucken. Ich glaube, das waren jetzt 9 Euro pro Schild so um den Dreh. Und ich weiß beim Straßenverkehrsamt. Zum einen muss man dann da die Extrarunde drehen und die Schilder drucken lassen, was wieder Zeit kostet. Im Moment zusätzliche Kontakte bedeutet, also kann man sich das auch sparen. Und da kosten die auf jeden Fall 16 Euro pro Schild. Also auf jeden Fall auch wesentlich günstiger, wenn man die im Vorfeld dann auch bestellt. Dafür kostet die Reservierung ein paar Euro. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Ich mache euch nachher nochmal so eine Auflistung unten in der Beschreibung. Auch was die Anmeldung letztendlich gekostet hat. Da habe ich mich noch nicht informiert. Gegebenenfalls erzähle ich euch das nachher aber auch noch im Video, weil wenn alles klappt wie geplant, dann nehme ich euch auch noch gleich mit zum Straßenverkehrsamt. So, also wir haben Nummernschild überlegt. Wir haben Nummernschild reserviert und wir haben Nummernschild bestellt. Soweit sind wir. Dann als nächstes haben wir einen Termin beim Straßenverkehrsamt gemacht. Aktuell zumindest muss man das machen bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Da war es so, dass ich letzte Woche versucht habe, einen freien Termin zu bekommen. Der nächste war jetzt quasi eine Woche später und ja, ist jetzt für uns nicht so dramatisch, weil der Wagen ist eh noch nicht fertig. Den können wir am Freitag erst abholen. Heute ist Mittwoch, also von daher alles im grünen Bereich. Aber plant da auf jeden Fall ein bisschen Wartezeit mit ein. Also geht nicht davon aus, dass jetzt irgendwie, wenn die Nummernschilder da sind, dass ihr direkt losfahren können zum Straßenverkehrsamt. Da braucht ihr auf jeden Fall einen Termin. Zumindest im Moment. Ich habe den online gemacht und wie gesagt, der ist jetzt gleich um 14, 15. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen und gehen noch direkt weiter zum nächsten Punkt. Benötigte Unterlagen. Ein weiterer Punkt, den ihr vorher auf jeden Fall klären müsst, ist, welche Versicherung wollt ihr haben? Also da macht es auf jeden Fall auch Sinn, sich frühzeitig zu informieren. Das Angebot ist riesig und wir haben von verschiedenen Anbietern, also Versicherern, Angebote angefordert und da sind also enorme Spannen gewesen zwischen den Leistungen und auch den Beiträgen, die man da jährlich entrichten muss. Also auch da empfehle ich euch, informiert euch frühzeitig, damit ihr dann nicht auf die schnelle irgendwie den nächstbesten Versicherer nehmen müsst. Und von dem bekommt ihr dann eine sogenannte EVB-Nummer und die müsst ihr dann auf jeden Fall auch mit zur Zulassung mitbringen, damit halt derjenige da beim Straßenverkehrsamt weiß, dass ihr eine entsprechende Versicherung für den Wagen ja euch besorgt habt. Beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie die rechtliche Grundlage ist. Auf jeden Fall erst mal diese EVB-Nummer mitbringen, dann bekommt ihr die Zulassung und dann müsst ihr noch mal zur Versicherung mit dem Fahrzeugschein und so weiter und die Versicherung letztendlich final abschließen. So, als nächstes, jetzt muss ich mal eben kurz hier auf meine Unterlagen wechseln. Bei uns ist es ja so, dass wir ein Neufahrzeug zulassen. Das bedeutet, wir brauchen einmal den Brief auf jeden Fall, den müssen wir mitbringen. Wenn ihr den Wagen finanziert, dann schickt euer Händler den Brief wahrscheinlich zum Straßenverkehrsamt und gibt ihn euch nicht einfach in die Hand. Da macht auf jeden Fall vorher einen Anruf eben beim Straßenverkehrsamt und fragt nach, ob der Brief da ist. Wäre ja ärgerlich, wenn ihr da hinfahrt und der Brief ist dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch nicht beim Straßenverkehrsamt angekommen. Dann für die Neuzulassung ebenfalls, das nennt sich EG-Übereinstimmungsbescheinigung. Die kommt auch vom Händler. Mit dem Brief wurde die uns zugeschickt. Ich vermute, das ist so eine Art TÜV-Bestätigung. Wenn ihr es besser wisst, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich würde vermuten, das ist quasi so eine Bescheinigung vom Händler, dass der Wagen den Vorgaben entspricht und dementsprechend dann die ersten drei Jahre TÜV bekommen kann, ohne da irgendwie in eine extra Prüfung zu müssen. Auf jeden Fall, dieses Dokument bekommt ihr vom Händler und müsst ihr dann mitbringen zur Zulassung. Als nächstes habe ich dann noch die Bescheinigung für die Reservierung der Nummernschilder. Da ist so eine PIN-Nummer drauf. Wahrscheinlich reicht es, wenn man die PIN-Nummer dabei hat, aber ich habe mir halt einfach den Zettel ausgedruckt. Dann habe ich es auf jeden Fall vollständig zur Hand, damit wir dann halt auch unsere Nummernschilder, wie wir sie jetzt gedruckt haben, auch dann für den Wagen benutzen können. Dann, ganz wichtig, SEPA Lastschriftmandat, unterschrieben vom, einmal von demjenigen, dem das Konto gehört und einmal unterschrieben vom Halter. Jetzt ist es auch so, dass das Wohnmobil auf Christina zugelassen wird und ich habe schon vor einiger Zeit mal einen Wagen für Christina zugelassen und da war es so, dass ich dieses Lastschriftmandat nicht dabei hatte, weil ich davon ausgegangen bin, dass von einem alten Wagen ja bereits ein Lastschriftmandat davor liegt. Aber in Good Old Germany gilt das nicht, beziehungsweise muss für jeden Wagen wieder ein neues Lastschriftmandat ausgefüllt und unterschrieben werden. Also denkt da auf jeden Fall dran und bringt so ein SEPA Lastschriftmandat mit für die Kraftfahrzeugsteuer vom Hauptzollamt. So und dann ganz wichtig, wenn ihr halt den Wagen für jemand anders zulasst, also wenn jemand anders der Halter ist, dann braucht ihr eine entsprechende Vollmacht zum einen und zum anderen den Ausweis. Ich wollte eigentlich den Personalausweis mitnehmen, den hat Christina aber heute Morgen natürlich mir zur Arbeit genommen und nicht mir hier gelassen. Und zum Glück habe ich aber gesehen, dass man auch den Reisepass nehmen kann. Den habe ich hier zu Hause liegen gehabt und werde den dann gleich mitnehmen. Und was natürlich auch noch sinnvoll ist, den eigenen Personalausweis. Das steht jetzt hier zwar nicht explizit, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass man sich bei so einer Zulassung auch ausweisen können muss. Deswegen, aber den habe ich sowieso immer dabei. Also das sind jetzt die Unterlagen, die ihr braucht, wenn ihr ein neues Fahrzeug zulassen wollt. Wenn ihr ein Fahrzeug, was schon mal zugelassen war, ummelden wollt oder auf euch anmelden wollt, dann braucht ihr noch ein paar mehr Formulare beziehungsweise Dokumente. Nämlich einmal den Fahrzeugschein. Dann, wenn der Wagen abgemeldet ist, die Abmeldebescheinigung. Und je nachdem, ob ihr den Wagen jetzt im angemeldeten Zustand oder abgemeldeten Zustand wieder anmelden wollt auf euch, braucht ihr dann auch die Kennzeichen, um die Plakette entsprechend zu entwerten. Und ganz wichtig, den HU-Prüfbericht, also TÜV und AU. Das braucht ihr, falls ihr ein Fahrzeug jetzt nicht neu zulassen wollt, so wie wir heute, sondern ein bereits angemeldetes Fahrzeug wieder neu auf euch anmelden lassen wollt. So, jetzt wird es aber wirklich Zeit, dass ich mich auf dem Weg macht zum Straßenverkehrsamt und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, just in time beim Straßenverkehrsamt angekommen. Zwei Sachen habe ich gerade vergessen, die ganz wichtig sind. Zum einen Geld beziehungsweise eine Bankkarte oder EC-Karte, damit ihr halt die Gebühren bezahlen könnt. Ich denke, EC-Karte wird mittlerweile überall Standard sein, aber im Zweifelsfall informiert euch da vorher vielleicht nicht, dass ihr da steht und nicht bezahlen könnt. Und zweite Sache, zumindest aktuell ganz wichtig, Maske. So, ich gehe jetzt rein und ich versuche mal drin vielleicht ein bisschen mit dem Handy zu filmen. Ich schaue mal, ob das klappt. Ansonsten erzähle ich euch hinterher noch mal eben ganz kurz was zu den Gebühren. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. So, zehn Minuten später. Alles ohne Probleme geklappt. Ich habe jetzt einen Brief und eine Feinstaubplakette bekommen und gekostet hat das Ganze, ich suche es euch mal eben raus, 60,70 Euro. Und dabei sind noch fünf Euro für die Feinstaubplakette. Wenn ihr die irgendwie von eurem Händler oder so bekommt, dann fallen die noch weg. So ist es zumindest bei uns. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Gebühren sind regional unterschiedlich, aber dann habt ihr zumindest mal so eine grobe Einschätzung, wie viel der Spaß kostet. So, das soll es dann in diesem kurzen Video auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Video. Bis dahin und tschüss. Bis. Bis. Bis.